Ich zeig dir auf jeden Fall heute wie du dich hochleveln kannst. Bleib dran, Iranboy zeigt dir das auf jeden Fall. Los geht's! So, wir gehen auf dem Game. Gebt auf jeden Fall den Code ein bei der Suche. Genau das, was ich euch vorher gezeigt habe, den könnt ihr auf jeden Fall eingeben und dann direkt auf Suchen. Dann können wir das Spiel auf jeden Fall auswählen. Macht auf jeden Fall immer privates Match und dann starten wir das Spiel. In der Zeit, wo das Spiel startet, kannst du gerne meinen Cradle Code aktivieren, den zeige ich dir jetzt einmal vor. IRP, darüber werde ich mich auf jeden Fall sehr freuen für die Unterstützer. So, wir fangen auch jetzt mit dem XP Glitch an. Also das heißt, es ist auf jeden Fall in die Richtung laufen, wo das Ding steht hier. Geht ihr hier unten, aktiviert den ersten Button und jetzt fangen wir erstmal mit dem AFK XP Glitch an. Wir kriegen jetzt die ganze Zeit im Hintergrund XP Glitch und dann laufen wir auf jeden Fall einmal in die Richtung. Ich bin ein bisschen weiter geflogen. So, wir gehen einmal hier hin. In die Richtung gucken wir. Baut einmal hoch und dann viermal nach vorne. Eins, zwei, drei, vier. Drehen wir uns nach rechts oben. Einmal hoch. Eins und zwei. So, der erste Button versteckt sich hier. Den aktiviere ich. Und jetzt seht ihr da oben steht 15 Minuten. Die müssen wir auf jeden Fall vorher aktivieren. In der Zeit müssen wir auf jeden Fall das hier einmal sammeln. Ist kleiner Rätsel hier. So, einer ist hier. Ein Teil ist auf jeden Fall hier versteckt. So, hier auf der Bank ist noch Viereck. Den nehme ich mit. Und ein Teil ist auf jeden Fall hier auch versteckt. Den nehme ich auch mit. So, die müssen wir auf jeden Fall einsetzen hier in der Ecke. So, eins setzen wir hier ein. Eins setzen wir da ein. Eins setzen wir dann hier vorne für Kreis ein. Man sieht ja, die Zeit läuft noch nicht. Aber sobald ich das Ding jetzt hier reinsetze, läuft die Zeit. Das heißt, jetzt müssen wir auf jeden Fall 15 Minuten warten. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, die Zeit läuft gerade ab. Wie man sehen kann. Noch 3, 2, 1. Und jetzt geht Gitter auf jeden Fall nach unten. Und wir können jetzt auf jeden Fall mit dem XP Glitch anfangen. So, wir laufen zum Schalter. Und betätigen es. Und dann laufen wir einfach einmal nach unten. So. Wir laufen einmal hier Richtung New Map. Da laufen wir auf jeden Fall hin. Und geht im Bau Modus schon mal. Eins nach oben bauen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann sechs mal nach vorne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann muss der Button irgendwo hier versteckt sein. Gucken wir mal. Ja, okay, sieben mal nach vorne bauen. Dann ist der Button auf jeden Fall hier versteckt. Und wir kriegen wieder einige XP Glitch dazu. So, wir laufen wieder da, wo wir gerade waren. Okay, der wollte nicht runterfallen. So. Wir laufen wieder in die Richtung. Seht ihr, bis jetzt habe ich schon auf jeden Fall 47.000. Und zwar da, wo wir gerade gebaut haben, bauen wir von hier aus auch nochmal. So, baut von hier aus Boden geradeaus nach vorne. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Dann muss der Button hier sein bei 19. Also einmal geradeausbauen nur die ganze Zeit. Und dann findest du den nächsten Button auch. Und da kriegst du auf jeden Fall einige XP. Wenn der Video bisher gefallen hat, kannst du gerne einen Like da lassen und meinen Kanal abonnieren für weitere Videos. So, als nächstes seht ihr hier, 60.000 habe ich schon bekommen. Laufen wieder nach unten. So, und wir laufen einmal da, habe ich schon gebaut, da habe ich schon gebaut. Jetzt laufen wir in die Richtung und bauen von hier aus auch noch wieder nach oben. So, eins, zwei, drei, vier. Und ein Boden und da ist der nächste Button, den aktiviere ich und wir bekommen wieder einige XP dazu. So, wir laufen wieder nach unten, können wir den nächsten Button aktivieren und zwar wieder in die Richtung gucken, baut nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und ein Boden. Und hier ist der nächste Button, den aktiviere ich auch wieder und wir kriegen einige XP dazu, wie man sehen kann. So, gehen wir zum letzten Button und ich sage euch, wo ihr noch ein bisschen XP bekommen könnt. Und zwar, wir haben gerade in die Richtung gebaut, jetzt drehen wir uns in die andere Richtung. Baut hier mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und einen Boden. Und da habt ihr auf jeden Fall den letzten Button und somit habt ihr auf jeden Fall einige XP, die ihr mitnehmen könnt. Wie man sehen kann, ist bei mir ungefähr bis jetzt 79.000, aber es steigt ja langsam weiter. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, kannst du gerne einen Like da lassen und meinen Kanal abonnieren. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.